Folge 21 Die Leiden des jungen Selvin Teil 1 Anmerkung der Autorin Zur Geschichte heute muss ich eine Triggerwarnung aussprechen. Das Thema ist Selbstmord. Wer weiß, dass ihm diese Thematik sehr zu schaffen macht oder an Erlebtes erinnert wird, sollte besonders darauf achten, dass er in einer guten Verfassung ist. Der, diejenige, kann dieses Kapitel bis Schottland Hogwarts problemlos lesen und den Rest überfliegen oder einfach ab dem letzten Abschnitt weiterlesen. Zwar verpasst man so Details zum Fall des Tages, erfährt aber so ziemlich alles zu Drury. Und nun Vorhang auf für die Geschichte. Anmerkung von mir? In der Infobox könnt ihr nachsehen, wann der entsprechende Abschnitt beginnt bzw. wieder endet. Zusätzlich gibt es auch ein akustisches Signal, damit ihr das nicht verpasst, wenn es anfängt bzw. ab wann ihr wieder weiterhören könnt. Und jetzt geht's wirklich los. London, Grimmerplatz 12 »Papa! Papa! Draco!« Unwillig wollte sich Harry umdrehen, doch es funktionierte nicht. Er öffnete ein Auge. Blondes Haar bewegte sich vor ihm. Ein lautes Klopfen an der Tür ließ er den Kopf drehen. Erst jetzt bemerkte er, dass er im Schlaf die Arme um Draco geschlungen hatte. »Moment, Draco?« Ach ja, richtig. Er hatte ihm ja vorgeschlagen, bei ihm im Bett zu schlafen, um sich von den Strapazen ihres letzten Falles zu erholen. Kein Wunder, dass er so gut geschlafen hatte. Er kuschelte sich wieder an den anderen. Schließlich machte es jetzt auch keinen Unterschied mehr als »Papa! Draco! Das stimmt doch was nicht!« Erklang Lillys Stimme wieder. »Lilli, so ein Mist!« »Moment, Schatz, wir haben geschlafen! Gib mir Zeit zum Aufstehen!« rief er. »Nichts da!« Erklang Dracos Stimme plötzlich neben ihm. »Du wirst schön im Bett bleiben, bis Grace dich untersucht hat. Ich öffne die Tür.« Und bevor Harry blinzeln konnte, war Draco aufgestanden, murmelte ein paar Zaubersprüche und öffnete. »Na endlich!« rief Lilli. »Ich dachte schon, von euch wäre etwas passiert!« Mit besorgter Miene ging sie an Draco vorbei und musterte Harry aufmerksam. »Wie geht es dir, Dad? Hast du gut geschlafen?« Harry versuchte sich aufzusetzen, was ihm diesmal auch gelang. »Ja, meine Liebe, danke. Es geht mir schon viel besser. Bestimmt kann ich wieder arbeiten.« Dabei warf er Draco einen hoffnungsvollen Blick zu. Lilli runzelte die Stirn. »Ich bringe dir das Frühstück. Aber vielleicht solltest du ein paar Tage zu Hause bleiben. Es ging dir sehr schlecht.« Ihre Miene verzog sich kummervoll. »Du musst wirklich besser auf dich aufpassen, Papa.« Harry seufzte. »Ich gebe mir Mühe, Schatz. Gefahr gehört zum Job, das weißt du doch.« »Komm, Lilli«, mischte sich Draco ein. »Ich helfe dir mit dem Frühstück. Wir können ja alle zusammen hier oben essen.« »Äh«, Lilli blickte betreten zum Boden. »Mama ist da. Deshalb ist es wohl besser, wenn ich unten esse.« »Ach so«, murmelte Draco. »Was soll's, dann essen dein Vater und ich eben oben und ihr zwei unten. Kein Problem.« »Tut mir echt leid, Draco.« Der Blonde tätschelte ihre Schulter. »Macht gar nichts. Genieß die Zeit mit deiner Mutter.« Jetzt wandte sich Lilli wieder ihrem Vater zu. »Bis später, Papa. Und bitte, geh heute noch nicht arbeiten. Ich muss schon morgen nach Hogwarts zurück. Wir können doch heute noch etwas Schönes machen.« »Was, schon morgen?«, fragte Harry erschrocken. »Dann war ich mehr als nur einen Tag bewusstlos.« »Oh ja«, mischte sich Draco ein. »Deshalb bleibst du auch brav im Bett. Wehe, du steckst auch nur ein C hinaus.« Das brachte Lilli zum Kichern, und als die beiden sein Zimmer verließen, kicherte sie immer noch. Grace hatte ihm gestattet aufzustehen, doch die Heilerin ermahnte Harry zur Vorsicht. »Heute dürfen Sie nicht aus dem Haus. Ruhen Sie viel und nehmen Sie weiterhin Ihre Tränke. Ihr Körper wurde schwer geschädigt und durcheinandergebracht. Morgen dürfen Sie halbtags arbeiten. Danach untersuche ich Sie erneut.« »Na schön«, brummte Harry widerwillig. »Wenn es denn sein muss. Danke, Grace.« Die große Frau lächelte ihn liebevoll an. »Mit Freuden, mein Lieber. Passen Sie auf sich auf.« Sie tätschelte anschließend seine Hand und erhob sich. »Wir sehen uns morgen.« »Bis morgen«, er hörte, wie sie im Flur mit Draco und Lilli sprach. Kurze Zeit später schlüpfte Lilli herein. »Draco ist nach Hause gegangen. Er holt sich ein paar frische Sachen. Ich werde so lange auf dich aufpassen.« Schmunzelnd betrachtete Harry ihr ernstes Gesicht. »Wie wär's, wenn du uns ein Spiel holst? Nutzen wir die Zeit. Vielleicht können wir eine Strategie entwickeln, um Draco später zu schlagen.« »Oh ja«, leuchteten Lillis Augen auf. »Eine gute Idee. Skorpius hat mir da etwas verraten.« Es dauerte nicht so lange, bis sie ihren Plan in die Tat umsetzen konnten. Harry spielte im Wohnzimmer Zauberschach gegen Draco. Lilli saß neben ihn und sah zu. »Draco, ich vergesse immer die Zuten vom Vielsafttrank. Wie war das doch gleich?« fing Lilli an. Mit gerunzelter Stirn starrte Draco auf das Schachbrett. »So schwer ist das gar nicht«, murmelte er. »Zuerst die Blutegel, glaube ich.« »Nein, zuerst der Knöterich«, korrigierte Draco sie. »Bauer auf C3.« »Ach, richtig«, tippte sich Lilli an die Stirn. »Wie konnte ich das verwechseln? Die Blutegel kommen ja erst viel später dran.« »Eigentlich nicht.« »Nein?«, tat Lilli überrascht und stand auf. Draco drehte sich zu ihr um. »Willst du jetzt etwa im Schulbuch nachsehen?« Sie zuckte nachlässig die Achseln. »Ja, ist wohl besser so.« »Draco, du bist dran«, erinnerte Harry ihn. »Äh, schon gut«, Draco warf einen schnellen Blick auf das Brett. »Springe auf B7. An Lilli gewandt, fuhr er fort. Ich kenne die Liste auswendig, nicht nötig, das Schulbuch zu holen.« »Wie du meinst«, sie kehrte wieder zurück. »Danach die Florfliegen.« »Nein, die Blutegel«, entgegnete Draco sichtlich genervt. Harry grinste still vor sich hin. Sein Gegenüber spielte zwar nicht schlecht, doch seine Konzentration ließ merklich nach. Da Lilli sich auch weiterhin ein Spaß daraus machte, ihn abzulenken, war es nicht verwunderlich, dass Harry eine halbe Stunde später verkündete, »Schachmatt!« »Wie bitte?« Erschrocken musterte Draco das Spielfeld. »Aber wie?« Er starrte die Figuren fast anklagend an. »Warum habe ich?« murmelte er leise. Dann hob er je den Kopf, fixierte Harry, ließ seinen Blick zu Lilli wandern. »Ihr zwei, ihr habt mich ausgetrickst«, sagte er langsam. »Habt ihr das etwa geplant?« Bevor Harry antworten konnte, nickte Draco schon. »Natürlich habt ihr das!« Gespannt musterte Harry ihn. Würde Draco verstehen, dass sie nur Spaß gemacht hatten, oder würde er beleidigt sein. Immer noch mit ernster Miene sah Draco wieder zu Harry. »Glückwunsch, Potter!« Als er sich jedoch Lilli zuwandte, schlich sich ein Lächeln auf sein Gesicht. »Sehr gute Arbeit, Lilli. Ausgezeichnet gespielt und wirklich gute Oklomentik. Ich bin beeindruckt!« Strahlend rückte seine Tochter ihren Stuhl näher heran. »Danke, dass gerade du das sagst, bedeutet mir viel. Ich übe jeden Tag,« gestand sie. »Als Aurorin werde ich es brauchen.« »Aurorin?« fragten Harry und Draco nun gleichzeitig. »Seid wann willst du Auror werden?« Diese Idee schmeckte Harry gar nicht. »Du hast dich doch erst vorhin über die Gefahren in meinem Beruf beschwert.« Lilli zog in Dracos Manier eine Augenbraue hoch. »Weil du so oft verletzt wirst, Papa. Ich,« sie deutete auf sich selbst, »bin viel vorsichtiger. Wusstest du, dass ich die Beste meines Jahrgangs in Verteidigung gegen die dunklen Künste bin?« »Ja, meine Liebe, das wusste ich allerdings,« brummte Harry und warf Draco einen hilfesuchenden Blick zu. »Viel zu lernen hat noch keinem geschadet,« warf Draco nun ein. »Ganz egal, was du später für einen Beruf ergreifst. Aber wenn du gerne Auror werden möchtest, kannst du ja in einem halben Jahr ein Praktikum bei uns machen. Auf diese Weise weißt du, ob der Beruf tatsächlich etwas für dich ist?« Lilli zog die Nase kraus und nickte schließlich. »Gute Idee!« London am Gleis 9 3 Viertel. Lilli saß schon im Zug. Vermutlich hatte sie sich mit ihren Freundinnen hinten in ein Abteil gesetzt und tauschte schon Ferienerlebnisse aus. Harry starrte den Zug wehmütig an. Schon allzu bald würde seine Tochter Hogwarts entwachsen und dann hatte er keinen Grund mehr, hierher zu kommen. Ein Stoß von hinten ließ ihn herumwirbeln. Auch Jenny, die neben ihm stand, hatte sich dem schmalen Mann zugewandt, der sie gestoßen haben musste. »Was soll das?« fragte sie resolut. »Verzeihung!« murmelte er verschämt, während er die Augen niederschlug. Der Mann war blass, groß und sah eigentlich sehr gut aus. Die hohen Wangenknochen, die leicht gebogenen Nase und die gewellten, dunkelbraunen Haare gaben ihm ein aristokratisches Aussehen. Ein dunkelgrauer Umhang aus teurem Tweet vervollständigte das Bild. Unwillkürlich speicherte Harry das unter seltsam ab. Sie hatten heute 20 Grad und der Mann trug einen Winterumhang. »Kann passieren,« sagte er jedoch laut. »Geht es Ihnen gut?« Der Fremde hob den Kopf. Er hatte die schönsten blauen Augen, die Harry je gesehen hatte. »Ja, vielen Dank,« sagte er mit einem schüchternen Lächeln. »Ich muss den Zug erreichen. Wären Sie so freundlich, mich vorbeizulassen?« Aber selbstverständlich, lächelte Harry gewinnend zurück und trat galant beiseite. »Ich danke Ihnen, Mr. Potter, es war mir eine Freude, Sie kennenzulernen.« Der Mann deutete eine Verbeugung an. Im Inneren blieb der Mann stehen, drehte sich um und nickte Harry erneut zu. Wieder lächelte Harry. Der Fremde faszinierte ihn. »Du flirtest mit ihm,« sagte Jenny plötzlich. »Was?« Er fühlte sich, als hätte sie einen Eimer kalten Wassers über ihn ausgegossen und erschrak über sich selbst. Hatte er gerade wirklich mit einem fremden Mann geflirtet? »Seit wann hast du was für Männer übrig?«, wollte Jenny wissen, die scharfen Augen prüfend auf ihn gerichtet. Weil er nicht wusste, was er sagen sollte, drehte er sich wieder zum Zug um. Die Lokomotive pfiff mehrmals und begann langsam Fahrt aufzunehmen. Und da, an einem der Zugfenster, entdeckte er die hagere Gestalt dieses geheimnisvollen Fremden. Doch schon fuhr der Zug schneller. Viele winkende Hände wurden an den Fenstern sichtbar. Harry winkte auch, nur für den Fall, dass Lilly darunter war. Kaum dass das Geräusch der Lokomotive verklungen war, meldete Jenny sich wieder zu Wort. »Du schuldest mir eine Antwort, Harry Potter?« Er warf ihr einen langen Blick zu und seufzte. »Von mir aus, aber nicht hier. Und du wirst es für dich behalten.« Ihre braunen Augen funkelten neugierig auf. Sie nickte und griff energisch nach seinem Ellenbogen, um ihn mit sich zu ziehen. Im Nachhinein betrachtet hätte Harry wissen müssen, dass es eine schlechte Idee war, ausgerechnet im tropfenden Kessel über seine Bisexualität zu sprechen. Allerdings war er sehr vorsichtig gewesen, weshalb er nicht mit den Folgen rechnete. Schon als er das Ministerium am nächsten Morgen betrat, warf man ihm seltsame Blicke zu. An sich kam das schon häufiger vor, genau wie das Getuschel, das ihn heute verfolgte. Normalerweise wusste er aber, weshalb man über ihn sprach. Er runzelte unwillig die Stirn. »Hallo, Mr. Potter«, hauchte ein Knabe von höchstens 17 Jahren mit hochrotem Kopf und hielt ihm ein Blatt Papier unter die Nase. »Kann ich ein Autogramm haben?« Verwirrt nickte Harry. »Was war hier los? Hatte er etwas verpasst?« Als er dem jungen Mann den Stift zurückgab, berührten sich zufällig ihre Hände. Daraufhin errötete der 17-Jährige noch mehr und ließ den Stift fallen. Verwirrt bückte Harry sich und hob ihn auf. »Danke, Sir«, brachte sein Gegenüber gepresst hervor. Seine Augen waren ganz glasig und erstarrte Harry salzam an. »Ob er krank ist?« »Gerne«, brummte er. »Jetzt muss ich aber weiter.« Mit großen Schritten ging er auf die Aufzüge zu. Zwei Frauen, die eifrig diskutiert hatten, hielten mitten im Gespräch inne und starrten ihn mit großen Augen an. »Hallo«, lächelte er freundlich und beschloss dann direkt zu sein. »Was ist heute nur los? Weshalb starren mich alle an?« Beide Frauen wurden knallrot, warfen sich unsichere Blicke zu und schließlich murmelte eine. »Haben Sie heute keine Zeitung gelesen?« »Nein«, gab er offen zu, »dort steht meistens so viel Unsinn über mich, dass ich keine Lust dazu verspüre.« Aus ihm unverständlichen Gründen prustete die Frau los, während die andere wieder rot wurde. »Heute sollten Sie sie lesen«, sagte sie noch, bevor sie wegsah. Der Aufzug öffnete sich. Harry stieg ein. »Fahren Sie nicht mit?«, wollte er wissen. Sofort schüttelten beide hastig den Kopf. Harry hob die Augenbrauen. Was konnte da nur in der Zeitung stehen, dass die Menschen zu einem solch eigenartigem Verhalten veranlasste? Im Gang der Aurorenzentrale traf er nur vereinzelte Menschen. Die meisten grüßten stumm und eilten an ihm vorbei. Er war mehr als erleichtert, als er endlich die Tür zur Zentrale öffnete. Bevor er die Vorzimmertür zu seinem Büro aufmachte, wappnete er sich. »Guten Morgen, Vlad«, sagte er vorsichtig. Wladimir Stravko erhob sich von seinem Stuhl. »Chef«, sagte er sanft, »kann ich etwas für dich tun?« Harry erstarrte. Es musste schlimm sein. Diesen Tonfall schlug Vlad sonst nie an. Er brauchte ein paar Sekunden, um sich zu fangen. Erst danach schloss er die Tür. »Kannst du mir bitte eine Zeitung geben?« Offensichtlich ist etwas über mich geschrieben worden, über das das ganze Ministerium tratscht. Nur sagt mir keiner, um was es sich handelt. Überraschung und Besorgnis huschten über Vlads Gesicht. »Natürlich, Boss, geh du in dein Büro, ich bringe dir gleich ein paar Zeitungen.« »Danke«, sagte Harry erleichtert und lächelte. Zumindest sein Assistent war noch der Alte. Englisches Zaubereiministerium im Büro des Leiters der Aurorenzentrale. Fassungslos überflog Harry die Berichte. Harry Potter schwul? Harry Potter und seine Homosexualität. Hat Harry Potter eine Vorliebe für Männer? Und das waren nur die sachlichsten Artikel. Er ließ sich schwer nach hinten fallen. Jetzt wusste die ganze Welt von seiner Neigung. Und nicht genug damit. Man behauptete, er hätte nichts vor Frauen übrig. Seine Heirat mit Ginny wäre nur zum Schein gewesen, wovon sie aber nichts wusste. Ihm war zum Heulen zumute. »Tut mir leid, Chef. Ist nicht schön, wenn solche persönlichen Dinge in der Zeitung stehen,« sagte Wladimir leise und drückte seine Schulter. Krampfhaft unterdrückte Harry jeden Ton, der seiner Kehle entweichen wollte, und nickte lediglich. »Ich lasse dich ein bisschen alleine, damit du das verarbeiten kannst.« Wlad strich ihm über den Oberarm, ging hinüber zur Tür und zog sie leise hinter sich zu. Die Tränen rollten schon kaum, dass sich die Tür geschlossen hatte. Er war machtlos dagegen. Trübe starrte er zum magischen Fenster hinaus, welches passend zu seiner Stimmung Regen zeigte. Es war keineswegs die Nachricht über seine sexuelle Orientierung, die ihm so zu schaffen machte, obgleich er es vorgezogen hätte, den Zeitpunkt dafür selbst zu wählen. Nein, was ihm Kummer bereitete, war ein völlig anderer Aspekt. Mit diesen Nachrichten hatte man ihm erneut die Möglichkeit genommen, seinen Kindern, Familie und Freunden als erstes davon zu erzählen. Dazu kam noch, dass keine Zeitung die Wahrheit schrieb. Seine Ehe mit Ginny wurde als Zweckehe herabgestuft, was seine Kinder und Schwiegereltern sehr treffen dürfte. Beim Gedanken an Molly und Arthur wurde Harry kalt und heiß zugleich. Wie würden die beiden reagieren? Charlies Bisexualität hatten sie bisher schweigend toleriert, allerdings hatte der auch nie einen Mann mit nach Hause gebracht. Und was Albus und Scorpius betraf? Die Zeitungsartikel, über deren enge Freundschaft, wurden zwar im Hause Weasley diskutiert, doch Molly und Arthur hatten es nie geglaubt. Harry stand auf und ging zum Fenster hinüber. Bei ihm war es anders. Er würde weder schweigen noch lügen. Er würde seiner Familie und seinen Freunden die Wahrheit sagen. Gedanken verloren zeichnete er den Lauf eines Regentropfens nach. Würden sie überhaupt mit ihm sprechen wollen? Ein Klopfen rieß ihn aus seinen düsteren Gedanken. Ja? Seamus und Dean wollen nicht sprechen, rief Latt durch die Tür. Soll ich sie zu dir lassen? Schnell wischte sich Harry die Tränen aus dem Gesicht. Schon ging es los. Er würde Rede und Antwort stehen müssen. In einer Minute. Er setzte sich an den Schreibtisch, stapelte die Zeitungen und ließ sie in einer Schublade verschwinden. Es klopfte erneut. Herein, rief er mit klopfendem Herzen. Schwungvoll wurde die Tür aufgerissen. Dean marschierte herein. Ihm auf den Fersen, allerdings deutlich zögerlicher folgte Seamus. Hallo Harry, können wir uns setzen? Fragte Dean, während er sich schon einen Stuhl heranzog. Sicher. Harry vollführte eine einladende Handbewegung. Ich nehme an, ihr wollt über die Zeitungsmeldung sprechen? Packte er den Stier gleich bei den Hörnern. Stimmt, gab Dean unumwunden zu. Seamus kam langsam näher, schob den Stuhl ebenfalls zu ihnen und setzte sich wortlos. Und ihr wollt wissen, ob es wahr ist? Fragte Harry weiter. Seine Freunde nickten. Das ganze Team ist in Aufruhr. Du wirst mit ihnen darüber sprechen müssen. Scheinbar unangenehm berührt, kratzte sich Dean an der Stirn. Ich würde es dir echt ersparen, Harry, aber die Katze ist aus dem Sack. Wenn du nicht mit ihnen sprichst, hat das Gerede nicht auf und niemand konzentriert sich auf die Arbeit. Draco schon, warf Seamus trocken ein. Aber bei seinem Familienstaunbaum würde es mich nicht wundern, wenn ihm dieses Thema nicht fremd ist. Harry warf Seamus einen nachdenklichen Blick zu. Der Mann war nicht dumm. Und mit Sicherheit war er auch nicht der Einzige, der so dachte. Kein Wunder, dass Draco sein Geheimnis so eisern hütete. Wenn es sein muss, sagte er schließlich. Eigentlich habe ich gehofft, es noch hinauszögern zu können, aber wenn die Arbeit darunter leidet. Er lehnte sich im Stuhl ein wenig nach hinten und verschränkte die Arme vor der Brust. Also gut. Vlad, rief er plötzlich. Kommst du bitte rein? Jawohl, Chef, sagte der Hühne Sekunden später. Wie kann ich helfen? Komm einfach rein und mach die Tür hinter dir zu. Was ich zu sagen habe, sollst auch du hören. Wie du willst, Harry. Vlad zog die Tür ins Schloss und stellte sich abwartend davor. Ihr wollt wissen, ob ich schwul bin, begann Harry ohne Umschweife. Die Antwort ist nein, bin ich nicht. Aber er atmete durch. Ich fühle mich zu Frauen und Männern hingezogen. Und um eine Frage vorwegzunehmen. Nein, meine Ehe mit Ginny war eine Liebesheirat. Er drückte den Rücken durch und blickte die anderen kampfeslustig an. Noch irgendwelche Fragen? Alle schüttelten den Kopf. Seamus sah verlegen aus. Dien nachdenklich. Danke, dass du mir das gesagt hast, Chef, meinte Vlad. Auch wenn du das nicht musst, das Wort Privatleben heißt nicht umsonst so. Am liebsten hätte Harry den großen Mann dafür umarmt. Sein Verständnis und sein Umgang mit der Situation waren Balsam für seine Seele. Seine Kollegen im Großraumbüro benahmen sich ähnlich wie die Menschen im Ministerium. Es wurde getuschelt, seinem Blick ausgewichen, er wurde angehimmelt und gegrüßt. Inhaltlich unterschied sich seine Ansprache an sie kaum von der, die er Seamus, Dean und Vlad gehalten hatte. Für Fragen ließ er ihnen jedoch keinen Raum. Eine Sache noch, nur um das klarzustellen. Was ihr über diese Neuigkeit denkt, bleibt euch überlassen. Hier im Büro verhalte ich mich immer professionell und dasselbe erwarte ich auch von euch. Ist das klar? Streng blickte er von einem Gesicht zum nächsten. Jawohl, Chef. Ja, Harry. Alles klar, Boss. Gut, das war's. Weiterarbeiten, befahl er. Zufrieden beobachtete er, wie sich die Gesichter nach und nach ihren Akten zuwandten. Während er sich abwesend umdrehte, streifte sein Blick zufällig Draco, der sein Schreibtisch abseits der anderen an der Wand hatte. Die grauen Augen blickten ihn reglos an. Seine Miene war unergründlich. Gerade als Harry überlegte, ob er ihn ansprechen sollte, stupste ein fliegendes Memo ihn an. Stirnrunzelnd pflückte Harry es aus der Luft und öffnete die Nachricht. Komm mit Draco Malfoy sofort in mein Büro. Hermine, Zaubereiministerin. Daraufhin runzelte Harry die Stirn noch mehr. Was hatte das zu bedeuten? Es musste um einen Fall gehen. Hermine würde ihn wohl sonst kaum gemeinsam mit Draco zu sich bitten. Mr. Malfoy, sagte er laut. Begleiten Sie mich bitte zur Ministerin. Englisches Zaubereiministerium im Büro der Ministerin War Hermine etwas kühler als sonst? Oder bildete Harry sich das nur ein? Sie hatte ihn jedenfalls bisher kaum eines Blickes gewürdigt und gab sich sehr beschäftigt. Harry jedoch kannte sie. Ihr Rücken war zu durchgedrückt und sie bewegte sich zu wenig. Aus unerfindlichen Gründen spielte sie ihm etwas vor. Nun ja, eigentlich konnte er sich denken, weshalb sie es tat. Er machte einen Schritt vorwärts. Ministerin, Sie haben uns gerufen? Sie hob den Kopf so schnell, dass er um ein Haar zurückgezuckt wäre. In der Tat. Setzt euch bitte und lasst das siezen, Harry. Kühl begegnete sie seinem Blick, um sich gleich darauf Draco zuzuwenden. Ihr werdet diesmal zu einem ungewöhnlichen Fall gerufen. Als Draco eine Augenbraue hob, lächelte sie. Ungewöhnlicher als sonst. Im Grunde genommen ist es nicht mal ein Fall. Aber die Bitte kommt von Professor McGonagall persönlich. Da können wir nicht ablehnen. Aha, sagte Harry langsam und zog sich so Hermines Aufmerksamkeit zu. Siehst du das etwa anders, Harry? Fragte sie zuckersüß. Das kommt ganz darauf an, gab er zurück. Professor McGonagall hat mich in den letzten Jahren allein wegen dem Transport von Zauberpflanzen dreimal zu sich beordert. Wegen Pflanzen, Hermine. Ich bin kein Botaniker oder arbeite fürs Transportwesen. Darum sollten sich andere kümmern. Das heißt, du wirst ihr nicht helfen? Fragte Hermine scharf. Harry seufzte. Natürlich würde er. Es war immerhin Minerva. Für ihn gehörte sie quasi zur Familie. Und ihm war völlig klar, weshalb sie ihn mit fadenscheinigen Aufträgen bedachte. Es war ihre Art der Kontaktaufnahme. Sie meldete sich nie, um ihn einfach sehen zu wollen. Weshalb nur konnte sie nicht einfach eine Eule schicken und fragen, ob sie sich treffen sollten, wie es normale Menschen taten. Was will sie denn? Fragte er ruppig. Er wurde mit einem tadelnden Blick bedacht. Dann sah Hermine zu Draco. Sie hat sich unklar ausgedrückt, bestand jedoch auf Draco und dich, Harry, als Team. Es gibt da wohl ein Problem mit einem Lehrer. Ihrer Meinung nach seid ihr die einzigen, die helfen können. Sie will mich? Fragte Draco mit solcher Verwunderung in der Stimme, dass Harry lächeln musste. Obwohl es ihn auch ein wenig traurig stimmte. Würde der andere seine Komplexe jemals ganz überwinden? Deutlicher ist sie nicht geworden? Fragte er. Wir haben genug echte Aurorenarbeit zu tun, Hermine. Nach Feierabend können wir ja zu ihr gehen, wenn es dir recht ist. Wandte er sich an Draco. Nein, erwiderte die Ministerin entschieden. Sie braucht euch sofort, also geht. Jetzt! Sie setzte sich in ihrem Stuhl zurecht, ergriff eine Feder und begann, in ein Pergament zu schreiben. Vergesst nicht, die Tür hinter euch zu schließen, mahnte sie noch und beäugte kritisch ihr Werk. Aber sicher, brummte Harry ärgerlich. Lass uns gehen, Draco. Wie nicht anders von Harry erwartet, wurde ihr Weg zum Spießrutenlauf. Kaum hatten sie die Empfangshalle betreten, bestürmte sie eine Meute von Reportern. Harry musste sehr energisch werden, um zum Ausgang zu gelangen. Von dort apparierten sie in Sekundenschnelle, was Harrys Gesundheitszustand nicht unbedingt förderlich war. In Hogsmeade erging es ihm ähnlich wie im Ministerium. Wobei manch einer, wobei manch einer ihn hier deutlicher mit Missachtung strafte und ein Mann sogar vor ihm ausspuckte. Erst in einer der selbstfahrenden Kutschen kam Harry wieder zur Ruhe. Draco hatte während ihrer gesamten Reise keinen Ton von sich gegeben. »Bei dir alles klar?« durchbrach Harry die Stille. »Sprichst du nicht mit mir, weil du über McGonagalls Bitte nachdenkst oder wegen dem Zeitungsartikel?« »Wenn du es genau wissen wälzt Potter wegen beidem?« Der blonde Mann zupfte an seiner braunen Robe herum. Nicht zum ersten Mal musterte Harry dieses hässliche Kleidungsstück. Seit Draco seine Verlobung verkündet hatte, war er anscheinend bestrebt, sich langweiliger zu kleiden. Heute hatte er sogar auf eine besondere Frisur verzichtet und sein Haar lediglich mit einem braunen Lederband im Nacken zusammengebunden. »Aha, das mit McGonagall kann nicht verstehen, aber wegen dem Artikel?« Draco sah ihm zum ersten Mal an diesem Tag richtig an. »Harry, ich weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Mir ist schon klar, dass du nichts für all das kannst.« Abrupt unterbrach er sich. »Aber?« fragte Harry leise. Er ahnte schon, was kommen würde. »Kannst du dir das nicht denken?« Dracos Hand zitterte, als er sie auf die Kutschwand legte. »Diese letzte Stunde war der Horror. Du bist Harry Potter und rettest heute noch unentwegt Menschen. Trotzdem hassen und verachten sie dich. Ich kann das nicht, Harry. So etwas stehe ich nicht noch einmal durch.« Sein Adamsapfel hüpfte. Er senkte den Blick. Schweigen breitete sich zwischen ihnen aus. Harry hatte genau so eine Reaktion vorausgesehen, als er die Zeitungsartikel las. Ihm wurde in diesem Moment klar, dass eine Beziehung mit Draco, selbst eine heimliche, mit diesen Artikeln gestorben war. Trotzdem tat es schrecklich weh, die Worte zu hören. Denn irgendwie hatte es da noch Hoffnung in ihm gegeben. Er betrachtete die gelben Weizenfelder, die sich auf seiner Seite der Kutsche ausbreiteten. Und ein anderes erstes Mal in der Kammer unternahm er einen letzten Versuch. Der andere schüttelte stumm den Kopf. Seinen restlichen Mut zusammennehmend öffnete er den Mund, um zu fragen, ob auch ihre Freundschaft in Gefahr war, als er stutzte. »Moment mal! Wo ist der Verlobungsring? Er hat ihn jeden Tag getragen, aber nach unserem letzten Fall habe ich ihn nicht mehr gesehen. Dabei wollte er ihn unbedingt wiederhaben.« Prüfend betrachtete er Dracos rechte Hand. Kein Ring. Leider hing Dracos linke Hand halb über dem Kutschenrand. »Er ist nicht da, oder?« »Nein, ich glaube nicht.« »Aber weshalb?« »Er hat doch nicht etwa...« »Kann das sein?« »Ist die Verlobung etwa geplatzt?« Bevor er Draco darauf ansprechen konnte, kam Hogwarts in Sicht. Das Schloss hatte nichts von seinem Charme und seiner Wirkung auf Harry eingebüßt. So beschloss er, den Rest der Fahrt zu schweigen und die Aussicht in Ruhe zu genießen, solange er konnte. Für Fragen war später noch genug Zeit. Schottland, Hogwarts »Harry Potter!« Minerva nahm Harrys Hand in die Ihre, drückte sie herzlich und lächelte ihm aufmunternd an. »Vielen Dank für dein Kommen!« Dann schenkte sie auch Draco ein Lächeln und streckte ihm die Hand entgegen. »Draco Malfoy, ich habe in letzter Zeit viel Gutes von Ihnen gehört. Seien auch Sie herzlich in Hogwarts willkommen!« Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich. »Leider haben wir keine Zeit für Höflichkeiten. Bitte folgen Sie mir umgehend!« Sie wartete ihre Reaktionen nicht ab, sondern drehte sich um und ging zur Bürotür hinüber. »Kommen Sie schon!« Benommen setzte sich Harry in Bewegung. Draco folgte ihm. Die Schulleiterin stieg die Wendeltreppe hinab, ging einen Gang entlang, öffnete einen Geheimgang und rauschte danach durch einen weiteren Gang. Erst als sie zum Eingang des Alchemitums kamen, stoppte sie. »Meine Herren, was dort oben vor sich geht, wird nicht leicht für Sie sein. Denken Sie einfach daran, dass dieser Mann Ihre Hilfe braucht. Eigentlich bist du sogar der Einzige, mit dem er sprechen möchte, Harry.« Neben ihm meldete sich Draco nun zu Wort. »Weshalb bin ich dann hier?« »Weil ich Sie dabei haben wollte, Mr. Malfoy. Sie sind klug, haben ein ausgedehntes Fachwissen über viele Bereiche hinaus und denken analytisch. Gemeinsam mit Harry hoffe ich, werden Sie Mr. Selwyn helfen können. Und nun kommen Sie.« »Selwyn?« flüsterte Draco Harry zu, während sie die steilen Stufen erklommen. »Ich dachte, diese Familie wäre ausgestorben. Der alte Kumpel meines Vaters starb doch bei der Schlacht hier. Kennst du einen weiteren Selwyn?« »Nein«, murmelte Harry. »Ich kenne den Namen auch nur von der Todesliste der Todesser.« »Hm, komische Sache.« Draco trat vor Harry auf die Plattform des Turms. »Wer ist das?« rief eine panische Stimme, die Erinnerungen in Harry weckte. »Woher kannte er sie bloß?« »Beruhigen Sie sich, Baron. Mr. Potter ist gekommen. Sie sagten, er dürfte mit Ihnen sprechen.« »Oh, ist er?« fragte die Stimme ungläubig. »Harry Potter ist zu mir gekommen. Wieso?« »Wie wäre es, wenn Sie ihn das selbst fragen?« Minerva drehte sich um und winkte Harry zu sich heran. »Sprich mit ihm, Harry, bring ihn dazu, herunterzukommen und drinnen weiterzusprechen. Er ist ein guter Mann, aber im Augenblick äußerst verwirrt.« »Er will springen?« fragte Harry tonlos, noch bevor er den Mann auf der Mauer sah. »Ja«, sagte Minerva leise und tätschelte seinen Bizeps. »Hilf ihm, Harry!« Unsicher machte Harry einen Bogen um Minerva und Draco herum. Er ahnte inzwischen, wer dieser Fremde war. Und sein Verdacht bestätigte sich. Auf dem Rand des Turmes, auf den äußersten Steinen, stand der Mann vom Bahnhof. In seinen tiefblauen Augen glänzten Tränen, sein Gesicht war ganz rot, die Nase geschwollen. Jetzt wischte er sich die Tränen aus dem Gesicht und strich sein Haar zurück. »Harry Potter, Sie sind es wirklich!« sagte er ungläubig. »In Fleisch und Blut«, lächelte Harry ihn an. »Ich freue mich, Sie wiederzusehen.« Langsam näherte er sich Mr. Selwyn. »Ich freue mich auch«, entgegnete der Mann, »obwohl mir andere Umstände lieber gewesen wären.« »Mir auch«, gab Harry unumwunden zu. »Auf diesem Turm holen mich schlimme Erinnerungen heim.« Die blauen Augen richteten sich auf etwas hinter Harry. »Gehen Sie! Gehen Sie alle! Nur Harry Potter darf bleiben!« »Baron, ich bitte Sie inständig«, rang Minerva ihre Hände. »Machen Sie keinen Blödsinn! Mr. Malfoy und Mr. Potter finden heraus, was Ihnen fehlt. Haben Sie ein bisschen Vertrauen!« »Das sagen Sie alle! Und trotzdem konnte mir keiner helfen!« Tränen rannen wieder über das bleiche Gesicht. »Mr. Selwyn?« brachte sich Harry vorsichtig ins Gespräch mit ein. »Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Ich mache keine Versprechungen, von denen ich nicht weiß, ob ich sie einhalten kann. Und da ich Ihr Problem nicht kenne, kann ich mich dazu auch nicht äußern. Aber ich würde Ihnen gerne einen Vorschlag machen.« Er hielt inne unser Fragen zu ihm. »Wollen Sie ihn hören?« Sein Gegenüber runzelte die Stirn. Harry machte einen Schritt auf ihn zu. »Vorsicht, Harry!« rief Draco da. »Du stehst vor einer magischen Barriere. Versuch nicht, hindurchzugehen!« Mr. Selvins Kopf schoss hoch. »Es ist wahr! Bitte, Mr. Potter, bleiben Sie stehen! Wenn Sie näher kommen, wird ein Fluch ausgelöst, der mich hinunterstößt!« Innerlich schmunzelte Harry. Anscheinend wollte der Mann doch nicht sterben. Er hob die Hände. »Mir liegt nichts ferner, als Ihren Tod zu beschleunigen. Haben Sie diese Barriere errichtet?« »Ja.« »Darf ich Ihnen nun meinen Vorschlag präsentieren?« »Na gut.« »Wie wäre es, wenn Sie eine kleine Pause machen?« Verwirrt beugte sich der Mann zu Harry vor. »Eine Pause? Wie meinten Sie das?« »Gehen wir doch für ein Stündchen ins Schloss hinein. Dort können wir uns viel besser unterhalten. Sie könnten mir in Ruhe von Ihrem Problem erzählen. Hier auf dem Turm kann ich mich ehrlich gesagt schlecht konzentrieren.« Sein Gegenüber verzog kummervoll das Gesicht. »Wegen Albus Dumbledore. Eine schlimme Sache.« »Richtig«, nickte Harry. »Wenn unser Gespräch beendet ist, können Sie wieder auf den Turm gehen und eine Barriere errichten, falls Sie das dann immer noch tun möchten.« Er zuckte die Achseln. »Oder Sie können mir und Draco helfen, ihr Problem zu lösen.« Der Mann sah ihn ungläubig an und lachte schließlich humorvoll auf. »Wow«, dachte Harry. »Er sieht verdammt gut aus und wirkt so sympathisch.« »Halten Sie mich für einen Idioten?«, fragte Selwyn scharf. »Wenn ich die Barriere senke, werden Sie mich betäuben oder fesseln, damit ich nicht mehr springen kann.« »Cliverer Mann.« »Ich sehe schon, man kann Ihnen nichts vormachen«, lächelte Harry entwaffnend. »Aber seien wir doch mal ehrlich. Im Moment wollen Sie sich gar nicht das Leben nehmen. Warum also sprechen wir nicht in Ruhe darüber, was Sie quält? Niemand kann Sie dauerhaft davon abhalten, sich das Leben zu nehmen. Wenn Sie es also tun wollen, können Sie das jederzeit nachholen.« Wieder runzelte der andere die Stirn. Die Traurigkeit kehrte auf sein Gesicht zurück. Trotzdem hob er sein Zauberstab. Die Barriere verschwand. »Merlin, sei Dank«, rief Minerva aus. »Wollt Ihr in mein Büro gehen?« Mr. Selwyn rieb sich über das Gesicht, was nicht viel nützte. Man sah ihm deutlich an, dass er geweint hatte. »Wenn Sie erlauben«, zückte Draco sein Zauberstab und kam näher. »Sie wollen Ihren Schülern so sicher nicht gegenübertreten, Mr. Selwyn.« »Ja, danke, das wäre nett«, murmelte der große Mann. Da er nun neben Harry stand, konnte er seine Größe noch besser beurteilen. Der Mann überragte ihn um Haupteslänge. Draco schwang den Zauberstab, die Röte verschwand, die Nase glättete sich. Zwar sah der Mann weiterhin recht blass aus, wirkte nun jedoch wieder ganz aristokratisch und beherrscht. »Danke«, streckte er Draco die Hand hin und schüttelte sie kräftig. »Wir sollten besser in mein Büro gehen, aber ich danke Dir für Dein Angebot, Minerva.« Er schenkte der Schulleiterin ein flüchtiges Lächeln. »Folgen Sie mir, meine Herren.« Hogwarts im Büro des Bibliothekars »Ich komme nicht darüber hinweg, dass der letzte Erbe Selwyns ein einfacher Bibliothekar ist. Wieso nur? Sie haben mehrere Häuser, ein Schloss und ein Hotel. Warum wohnen Sie nicht in einem von denen?« Mit ungläubiger Miene spazierte Draco durch das kleine Büro. »Darf ich Dich daran erinnern, Draco«, sagte Harry mild, »dass auch Du nicht in einem großen Schloss lebst und die meiste Zeit Deines Lebens eingepfercht in einem Großraumbüro mit vielen anderen Personen sitzt, obwohl Du das nicht musst? Vielleicht möchte Mr. Selwyn...« »Baron, bitte«, warf der Bibliothekar ein. Harry lächelte ihm zu. »Vielleicht möchte Baron genau wie Du nicht in Häusern leben, in denen grauenvolle Dinge geschehen sind, und möglicherweise will er, auch wie Du, etwas Sinnvolles mit seinem Leben machen.« An sein Gegenüber gerichtet, sagte er, »Nennen Sie mich Harry.« Baron strahlte ihn daraufhin an, und Harry musste noch breiter lächeln. »Hm, hhm, hhm«, räusperte sich Draco neben ihm. »Von mir aus? Also, Baron, erzählen Sie uns von Ihrem Problem.« Kam es Harry nur so vor, oder war Dracos Tonfall ein wenig schroff? Der Bibliothekar schien es Draco allerdings nicht übel zu nehmen. Eigentlich schien er es nicht einmal zu bemerken. Mit gesenktem Kopf seufzte er. »Es ist meine Schwermut. Ich finde kein Glück im Leben. Egal, was ich tue, mich begleitet Trauer, Sorge und Unwohlsein.« Schon wollte Harry den Kopf darüber schütteln und das Geständnis als gewöhnlich abtun. Er kannte einige gute Seelenheiler, die er empfehlen konnte. Doch ihm fiel der Selbstmordversuch eben wieder ein. Hier musste es um mehr gehen. Wieso sonst schickte Professor McGonagall nach ihm und Draco? Sie waren keine Heiler und auch nicht für ihre Empathie bekannt. Wenn Sie über Schwermut sprechen, was genau meinen Sie damit? Wann hat das begonnen? Haben Sie etwas Schlimmes erlebt? Und Sie sagten, Sie finden kein Glück? Meinen Sie dauerhaftes Glück? Baron schluchzte unterdrückt auf, griff in seine Robentasche und zog ein Taschentuch hervor. Zwischen einem erneuten Schluchzer schüttelte er den Kopf. »Ich bin niemals glücklich. Nicht für eine Sekunde.« Seine Augen wurden feucht. Er schnäuzte sich die Nase. »Es ist mir so unangenehm. Ich habe nie viel Gefühle gezeigt. Auf der Klosterschule früher nannte man mich den kalten Einländer, weil ich meine Gefühle so gut unter Kontrolle hatte.« Ein lautes Schluchzen. »Und jetzt sehen Sie mich an. Ich bin ein Wrack. Schon dreimal habe ich versucht, mein Leben zu beenden, weil niemand die Ursache dafür findet. Ich kann so einfach nicht weiterleben.« Bei den letzten Worten wurde er laut. Seine bleichen Wangen bekamen ein wenig Farbe. Wie es so seine Art war, beugte sich Harry vor, um den Leidenden tröstend die Hand zu drücken, stoppte jedoch mitten in der Bewegung. Allzu deutlich fühlte er Dracos Augen auf sich ruhen. Und obwohl der Blonde ihm vorhin zu verstehen gegeben hatte, dass zwischen ihnen niemals wieder etwas sein konnte, fühlte er sich unwohl. Um von seinem Zwiespalt abzulenken, hob er eine Metallfigur vom Schreibtisch auf. »Was für ein interessantes Stück! Um welches Material handelt es sich dabei?« Sichtlich irritiert entwand Barron ihm die Figur. Es war eine Aschwindenschlange. »Platin! Welche Rolle spielt das? Es handelt sich dabei um ein Familienerbstück. Sehen Sie!« Er drehte die Figur um und zeigte ihm eine Gravur. »Ich habe Dutzende solcher Dinge geerbt!« Dabei deutete er nachlässig auf ein Federkielset samt Tintenfass, einen Briefbeschwerer, ein Siegel und ein Wachssiegel, die geordnet neben ihm auf dem Schreibtisch standen. »Selbst das verdammte Briefpapier und die Kuverts sind Erbstücke! Wieso benutze ich das Zeug eigentlich?« Kummer umschattete sein Gesicht. Kraftlos fiel seine Hand zurück. Draco fing die Figur mit einem schnellen Aktio wieder auf, als sie ihm entglitt. »Dieses Erbe ist ein Fluch!« murmelte der Geplagte leise. »Ich kehrte vor vier Monaten nach England zurück, um still und leise mein Erbe anzutreten. Seitdem werde ich von Tag zu Tag unglücklicher. Anfangs konnte ich die Schwermut noch besiegen, aber seit einem Monat gibt es kein Glück und keine Hoffnung mehr für mich. Alles habe ich versucht. Heiler, Seelenheiler, Muggelärzte, Muggeltherapeuten. Ich war bei den klügsten Köpfen der Welt. Keiner kann mir die Ursache nennen.« Nachdenklich betrachtete Harry das blasse und doch so schöne Gesicht. »Entschuldigen Sie, Baron. Vermutlich wurden auch Ihre Lebensumstände, Ihr Umfeld, Ihre Nahrung und Kleidung untersucht.« »Ja«, flüsterte der reiche Mann. Seine Kiefermuskulatur spannte sich an. Er schien um Beherrschung bemüht. Nun meldete sich Draco endlich zu Wort. »Was ist mit schwarzer Magie? Stehen Tränke, Zauber oder vielleicht Tierwesen im Verdacht magische Objekte?« In Barons Augen blitzte es. Er sah Draco mit einem Funken Interesse an. »Sie sind in der Tat so gut, wie die Zeitungen und Minerva berichten.« »Ja, Magie ist die einzige logische Erklärung.« Eine Spur von Leidenschaft lag in seiner Stimme. »Sehen Sie, in meinem ganzen Leben hatte ich nie ein traumatisches Erlebnis. Ich kam einige Jahre vor dem letzten Zaubererkrieg auf die Welt. Meine Mutter hielt ihre Schwangerschaft geheim. Sie wollte mir ein Leben frei von Voldemorts verrückten Ideen ermöglichen und schickte mich mit einer Elfe und ihrem treuesten Diener nach Frankreich. Ich wuchs dort recht behütet und fern der normalen Welt in einem Kloster auf. Ich wusste lange Zeit nichts von all dem. Mein Leben war friedlich. Meine Elfe durfte mir erst von meiner Familie erzählen, wenn der letzte Nahverwandte der Selvens starb. Er fuhr sich über die Augen. »Anscheinend ist diese Familie von Giermacht und dem Bösen zerfressen. Sie haben sich seit Jahrhunderten nach dem Leben getrachtet.« Plötzlich hielt er inne. »Es ist schon spät. Es ist schon spät. Zeit für einen Tee. Möchten Sie auch einen?« Draco, der die ganze Zeit hinter Harry gestanden hatte, trat an den Schreibtisch heran. »Danke, nein, es ist noch nicht Teezeit. Wollen Sie das Trinken nicht lieber auf später verschieben? Sie müssen Harry und mir bei der Durchsuchung Ihrer Sachen helfen.« »Aber«, sah Baron ihn verwundert an, »ich trinke um diese Zeit immer meinen Tee. Dreimal täglich. Ich brauche das. Er beruhigt mich.« Ein wehmütiges Lächeln huschte über sein Gesicht. »Ein altes Ritual, das ich seit meiner Kindheit pflege.« »Mmm«, brummte Draco mit gerunzelter Stirn. »Und Sie nehmen immer denselben Tee? Schon seit damals?« »Aber ja, da Jeeling. Falls Sie doch eine Tasse wollen.« »Vielen Dank, Baron, aber nein«, wehrte Harry jetzt ab. »Draco, du und ich sollten uns unterhalten, bevor wir Baron weiter befragen.«, fügte er an seinen Partnergewand hinzu, stand auf und schob ihn Richtung Tür. »Moment, Harry«, legte der andere eine Hand auf seine Brust, um ihn aufzuhalten. »Beziehen Sie Ihren Tee immer von derselben Quelle, Mr. Selwyn?« Der Bibliothekar hatte sich derweil erhoben, war in eine kleine Nische getreten und füllte einen Kessel mit Wasser. »Ja, er kommt schon immer aus einem kleinen Teegarten in der Jeeling. Ich besitze Anteile an ihm.« Erneut öffnete der Blonde den Mund. »Draco«, sagte Harry mahnend, »wir müssen reden. Jetzt!« Sichtlich genervt drehte sich Draco um und machte die wenigen Schritte aus der Tür. Kaum war Harry aus dem Türrahmen in der Bibliothek getreten, zischte er. »Potter, verdammt noch mal, was ist los mit dir? Dies ist vielleicht die entscheidende Spur, die wir haben. Und wir sollten ihn davon abhalten, den Tee zu trinken. Vielleicht vergiftet er sich noch mehr dadurch.« Harry lehnte an den Türrahmen und entgegnete mit gesenkter Stimme. »Bis der Tee fertig ist, dauert es. Bis der Tee fertig ist, dauert es noch ein bisschen. Wir können ihn dann gleich analysieren lassen. Aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass er schuld an Barons Leiden ist. Wir sind bestimmt nicht die Einzigen, die den Tee verdächtigen. Das ist schon sehr offensichtlich und leicht nachzuprüfen.« Sein Gegenüber entspannte sich etwas. Seine Augen glitten über Harrys Gesicht, und eine Sekunde war da eine Wahrheit in seinem Blick, die Harrys Kehle eng werden ließ. »Vermutlich hast du recht, aber ich möchte lieber alles persönlich kontrollieren. Wir sollten uns nicht auf Untersuchungen anderer Personen verlassen.« »Ich stimme dir zu,« sagte Harry nach einigen Sekunden. »Aber wir werden einiges an Hilfe brauchen, um jeden Stein in seinem Leben umzudrehen. Wir brauchen einige Experten, denen wir vertrauen.« »Schau mal, sein Tee ist gleich fertig, halte ihn vom Trinken ab.« Schnell schlüpfte Harry unter Dracos Arm durch, den dieser am Türrahmen abgestützt hatte, drehte sich in einer fließenden Bewegung um und eilte zu dem selbstmordgefährdeten Mann hinüber, der gerade nach einer Teetasse greifen wollte. »Achiotasse«, rief Harry und fing das Gefäß sekundenspäter sicher auf. »Tut mir leid, Baron«, bedauernd blickte er zu dem Mann vor sich. »Im Augenblick können wir ihnen nicht gestatten, etwas zu essen oder zu trinken. Nicht bis wir sicher sind, dass sie es gefahrlos zu sich nehmen können.« »Aber Harry«, stammelte der Bibliothekar mit zittriger Stimme. »Der Tee ist meine einzige kleine Freude im Leben.« Mitfühlen stellte Harry die Tasse auf den Tisch und legte Baron nun doch eine Hand auf den Unterarm, um ihn zu drücken. »Ich möchte Ihnen ganz sicher nicht die letzte Freude nehmen. Deshalb werden wir den Tee, das Wasser und alle Gefäße zuerst prüfen. Wenn wir all diese als Ursache ausschließen können, dürfen Sie sofort wieder Tee trinken.« Es war ein furchtbares Gefühl, einem erwachsenen, ernsten Mann dabei zuzusehen, wie er wegen einer Tasse Tee in Tränen ausbrach. Es dauerte volle fünf Minuten, bis er sich wieder beruhigt hatte. »Hören Sie«, sagte Harry behutsam, »während Draco, mein Team und ich arbeiten, habe ich eine wichtige Aufgabe für Sie. Ihre Sorgfalt dabei ist entscheidend für die Aufklärung Ihrer Beschwerden, also seien Sie so präzise wie möglich.« Er hörte Schritte hinter sich. Eine belustigte Stimme sagte, »Dann sag ihm zuerst, was er überhaupt tun soll, bevor du ins Detail gehst.« »Äh, ja«, lächelte Harry ein bisschen überdreht, weil Draco sich ihm gegenüber wieder relativ normal benahm. »Schreiben Sie mir so genau wie möglich Ihren Tagesablauf auf. Wo sind Sie wann? Was machen Sie dort? Mit wem? Mit was? Wie? Alles ist wichtig. Notieren Sie auch einen typischen Alltag, wie er früher im Kloster ablief. Es sei denn, Sie haben danach noch eine Weile woanders gelebt, bevor die Symptome auftraten.« »Zum Abgleich brauchen wir aber vorher alle Unterlagen und Berichte, die Sie über sich haben«, ergänzte Draco, der gerade die Teetasse transportsicher machte. »Genau«, nickte Harry bekräftigend. »Bringst du den Tee, die Kanne, den Kessel und eine Wasserprobe ins Ministerium, Draco? Und bitte bring Grace mit, bevor du wiederkommst. Ich werde unterdessen ein paar Leute um Hilfe bitten.« Nachdem er den schwermütigen Bibliothekar bei Professor McGonagall zurückgelassen hatte, stieg Harry kurze Zeit später durch eine Tür, die ihm ein Gemälde geöffnet hatte. »Harry!« Neville Longbottom stieß gegen seinen Schreibtisch, als er hastig aufstand. Er fegte mit seinem Ärmel eine Pergamentrolle vom Tisch, bückte sich und versuchte, sie aufzurollen. Schnell beugte sich auch Harry hinunter. »Hallo, Neville, wie geht's?« Er half seinem Freund dabei, das Pergament wieder sauber einzurollen. »Hm, mir geht's gut. Aber wie geht's dir? Muss ein schlimmer Morgen für dich gewesen sein.« Seine Ohren wurden rot, doch als sie aufstanden, sah er Harry geradewegs in die Augen. Ein Kloß lag plötzlich in Harrys Kehle. Das erste Mal, dass sich heute jemand ehrlich nach seinen Gefühlen erkundigte. Er räusperte sich. »Es ist die Hölle!« Mit einem Lächeln versuchte er, die Worte etwas abzumildern, doch Neville's mitfüllender Miene nach versagte er. »Setz dich und erzähl mir alles!« Da er beruflich in Hogwarts war und Barry geholfen werden musste, bevor er wieder auf den Turm stieg, fasste Harry sich kurz. Obwohl Neville und er sich nur ein paar Mal im Jahr sahen, waren sie bis jetzt noch gute Freunde. Harry schätzte es sehr, dass sein Freund immer ein offenes Ohr für andere hatte und niemals vorverurteilte. Vermutlich war er deshalb zum Hauslehrer von Hufflepuff geworden. Daher fiel es ihm auch heute leicht, ihm gegenüber ehrlich zu sein. Er erzählte ihm alles. »Nun ja, fast alles. Draco ließ er natürlich aus.« »Eine ganz andere Sache,« sprach er schließlich den eigentlichen Grund seines Kommens an. »Du hast doch sicher von den Schwierigkeiten deines Kollegen mitbekommen?« Neville zog die Augenbrauen zusammen. »Du sprichst von Baron? Ich hoffe, du bist seinetwegen hier, auch wenn dabei eigentlich kein Auro benötigt wird. Er hat große Probleme.« Erleichtert nickte Harry. »Ich brauche deine Hilfe. Draco und ich werden jede Möglichkeit untersuchen, die seinen Zustand hervorrufen kann. Allerdings sind wir keine Experten auf dem Gebiet der Pflanzen. Vor allem Pflanzen, die keine Verwendung in Zaubertränken finden. Könntest du uns eine Liste von allem machen, was eine schwere Traurigkeit beim Opfer hervorrufen kann?« Als Neville in seiner Schreibtischschublade zu kramen begann, statt ihm zu antworten, runzelte Harry die Stirn. Schließlich zog sein Gegenüber eine Pergamentrolle hervor und drückte sie Harry in die Hand. »Hier, die Liste gibt es schon längst. McGonagall hat mich um dasselbe gebeten. Wir haben alles überprüft, konnten jedoch nichts finden.« Er seufzte leise. »Nimm sie trotzdem mit,« meinte er plötzlich. »Vielleicht stoßt ihr auf neue Hinweise. Da kann die Liste doch noch nützlich sein.« Ende Folge 21 22 21 22 31 32 Vielen Dank.